Guten Morgen aus der Kita Mariochatz. Wir haben heute ein bisschen Rasierschaum auf den Tisch gesprüht. Und wir können damit malen, matschen, kritzeln auf dem Tisch. Das macht total viel Spaß und außerdem riecht es noch gut. Und die Kinder sind beschäftigt. Der Schaum ist total angenehm auf der Haut. Und das mögen die total gerne. Das heißt, die können sich ganz lange damit aufhalten. Das ist auch ganz einfach zu Hause umzusetzen, weil ich denke, Rasierschaum haben die ganzen Papas zu Hause. Und dann einfach auf den Tisch sprühen und danach, wenn sie keine Lust mehr haben, einfach abwischen. Alles klar, viel Spaß damit. Macht's gut. Tschüss.